Hallo Leute und herzlich willkommen zu einem neuen Teil Dead by Daylight. Nach 10 Stunden Lobby suchen, hat sich immer noch nicht geändert. Die letzten Folgen sind ausgefallen. Bei mir waren es die letzten beiden Folgen, sprich die letzten vier Tage. Und bei dir Chris, wie war die mittlere Folge da. Von den drei Folgen war die mittlere Tag, die andere war ja gar nicht mehr bei mir zu händeln. Und bei dir hat es geruckelt, habe ich gesehen. Ja. Und die dritte ist da was abgestürzt, deswegen ist sie verloren gegangen. Ja. Wir haben die Zeit dann nicht aufgenommen. Jetzt nehmen wir wieder auf, jetzt haben wir viel Zeit. Ein bisschen sehr viel Zeit. Ich habe circa, ich glaube sieben Stunden, bis man zugeht. Oh, ich bin direkt, äh, warte, jetzt habe ich hier mal eine Medikin dabei, ich bin direkt unten, äh, ich kann direkt in den Keller laufen. Als ob du ihn siehst. Wie, ich bin direkt vor dem Keller, ich kann in den Keller reinlaufen. Achso, äh, ich habe Kieler verstanden. Ich kann direkt in den Keller laufen, was machst du? Ja. Kieler fangen mich. Hast du den Nebel gebracht? Nee. Okay. Ich dachte, dass es werden die Favorites die heute gegessen sind. Sehen den Killer, stellt gerade eine Fall auf oder sowas. Welcher Killer ist es? Der Feinsteller. Es ist mir schon klar, dass es wegen der Falle geht. So, Leute, weil du sagst, ich sehe, dass du den Fall aufstellst, hat es gefragt, dass es für den Killer. Der Witz war nicht. Mutter Witz, also wüsste da, so macht. Das ist dumme Witzel. Okay. Und ich versuche herauszufinden, was ich mit meinem... Nein. Was du... Mit was? Ja, er hat mich gesehen, das ist gut. Okay. Ich versuche herauszufinden, was ich mit dem gebrochene Schlüssel machen kann. Es ist ein neues, ein neues Item. Beziehungsweise für mich ist es neu. Für mich auch, ich konnte nur den Schlüssel. Keine Ahnung, was man damit machen kann. chorus ist er. Ähm. ja. guckmann. irgendwo is er. irgendwo is er. würg devices voix Потому warte, 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 warte,! da. Oder meinst du da. kann natürlich auch da sein. Kann natürlich auch meine Hintergrund sein. Da sein. Warte. auch er war ja was soll er kann mit dem scheiß schlüssel machen verstehe ich nicht reparieren lassen das ist die einzige funktion du kannst ihn reparieren auf weiter alles viel zu weit weg da kommt ich gar nicht hin das was der klare kommt hast du es geschafft raus ja hab ich run by run oh, alter er kam direkt in die Ecke weggerammt bin Mist Wickel das wird nicht viel bringen oder ich sehe keinen Haken doch hier ist einer und ich hänge ich war jetzt gerade auf dem Generatorfettschirm schnell herausgefunden was du mit dem Schlüssel machen kannst was denn ja keine Ahnung weil ich wohne nicht gemeint also ich dachte du hängst jetzt am Haken und wirst du jetzt was du machen kannst bei dem Hauptschlüssel den konntest du halt während du spielst die ganze Zeit verwenden ja aber er ist ja aufgeladen ne ja ich weiß nicht was ich damit machen kann ich konnte da nichts mitmachen keine Ahnung konnten wir damit nicht durch die Luke alle ja schon durch die Luke aber ich wusste nicht was ich währenddessen machen kann ich das hat irgendwie erst durch Gebrauchstau keine Ahnung keine Ahnung diese Gebrauchstau die habe ich hier auch aber ich weiß nicht was man damit machen kann ähm scheiße 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 oh 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 fuck 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 befreit den mal ja die ist dabei ist er noch bei dir ja ok ah du bist im Haus oder ja ich muss geheilt werden kacke sind wir noch im Haus ich weiß es nicht der hört sich ziemlich nah an nein ob du noch da bist oh 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 einser der war gerade eben noch hat noch Schränke durchsucht plötzlich war der hinter mir wieder what fuck oh zucken ich kann nicht wicken ich kann jetzt zucken oh ich kann jetzt übersetzt äh komm zu dir komm zu dir komm zu dir komm zu dir äh ich glaub das wird nicht viel bringen neun neun hui by the way was machst du da warum leipst du nicht lang immer weiter hin ich dachte er geht um jetzt mich verarschen ich dachte er geht um jetzt mich verarschen Mist ah scheiße was machen die anderen die gucken nur hallo ich häng hier am haken wollten wir nicht mal retten Hallo, grüß. Oh nein, bitte. Warum? Warum ist das ein Hurensohn? Warum kämpft er jetzt bei mir? Was ist denn der Scheiß? Ey, das ist doch assi. Nein. Toll. Ja, macht so viel Spaß. Ich glaube, es ist immer noch einer von den Leuten, die denken, dass man nicht danach aufhängen kann in dem Land. Was machen die Leute denn da, ey? Was machen die ganze Zeit da oben, hängen da oben ab? Laufen dann irgendwie Fallen rein? Für sowas muss man dann stundenlang warten, lass ich aber nicht troll. Kann man die Leute eigentlich sehen, wenn man auf dem Boden liegt? Also halt, dass die mich sehen können? Nein. Außer die, äh, Raston Perk. Nein, nicht. Da unten laufenть, sagen wir mal die Leute, die Leute von euch, ist der c- dann auch wenn die lainnot von ihnen gehen will. Du bist scheiße, 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 scheiß, scheiße, scheiße. Du bist scheiße, 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 scheiße. Also meine Killer. und jetzt bewegt die andere sich ernsthaft sie muss doch irgendwas machen die will die jetzt zurücklassen sie ist ja immer noch hier ja nur sie ist gerade so abgehauen ist ja nicht nein 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 ich dachte sie läuft in die fallen rein dachte ich kurz hey läuft ja guck mal die beiden Chips ach du Hure nein und nein und nein lauft ah toll es hat ja was gebracht dachte ich nicht jetzt aber nein da war noch voll viel Zeit okay ihr könnt laufen der ist gerade bei Iggy okay ihr wart in der Nähe von Iggy lauf Mario lauf er ist hinter dir nein nein das darfst du nicht machen so kannst du nämlich entkommen ich werde es nicht schaffen das war dumm du hättest warum bist du diesen Haken geschlagen das hat dich verlangt an du darfst du hast ja weil ich da einfach dachte dass er mich schlagen würde ist okay ist nicht okay bist du tot es ist okay es ist okay okay wenn du sterben will ist okay ist okay wenn du sterben ist ist voll okay wo meinst du da hast ja es ist okay ja es ist okay nein 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 gibst du nicht gib mir dir doch verdammt nochmal recht nein gibst du nicht doch das wird wahrscheinlich was macht die denn jetzt die repariert ist wie der Generator wie die dem verarschen ich bin einfach schon aus der Lobby raus und der scheiß ja okay dann gehst du auch raus tschüss Iggy mach 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 den Generator doch alleine ich hab nur einmal gekriegt und schon bin ich ausgeflogen weißt du doch du darfst ein Dead by Daylight nicht klick da passieren immer böse Sachen irgendwie ist da was dran ich würde gerne wissen ob ich noch ah ne ich hab das noch gut okay ähm ja dann lad ich dich jetzt eins oder lässt du mich besser dann eben weil es mich als ich dich eingeladen habe das nicht viel gebracht haben wir zwei dreimal was gefunden und dann ist das sofort wieder ja ähm wird irgendwie der Killer oder sowas oder was entschieden ne ich spiele jetzt nicht ich lade dich doch gerne ein das mache ich doch immer so gerne ah okay überlebe mit Freunden du hast keine Freunde wenn es steht so du hast keine Freunde okay ähm also sehr wahrscheinlich sehen wir uns dann nach einem kurzen Cut wieder nach einem, ne wir sehen uns nach einem kurzen Cut es geht weiter, zweiter Tag hey Leute ich fang nicht einfach einfach an wenn du noch nicht da bist was ist eine Scheiße äh ich habe den Christian auch gesagt jetzt soll er bitte schon mal anfangen mit der Aufnahme nein ich fang aber nicht an wenn du noch dran nicht da bist ja lass mich nochmal kurz die Situation erklären nein 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 doch ich habe ihm so gebeten durchsuchst du gerade eine Kiste ich habe gewartet bis du was sagst weil ich habe gerade den Killer hier gehört also konnte ich nicht haben weil du den Weg stark Alter leckt hast ja es leckt und es ist nicht bei mir das ist schön ich habe mir dick und by the way ich habe deine Erklärung gerade rausgeschnitten ja das kann gut sein also meine Erklärung die hat irgendwie keinen Sinn ergeben ja ich habe auch aufgeteilt das ist echt scheiße das ist hier rumleckt ich hoffe das ist gleich bei dem Dings nicht QuickTime Event das ist gut das ist nicht meine Schuld das ist nicht deine Schuld das ist direkt ja das ist die Wand verdammt hey ich hätte gar kein QuickTime Event bis jetzt ich hatte zwei ich glaube es wird wahrscheinlich richtig fett lecken wenn da ein Killer bei uns ist ja das Gefühl habe ich auch den Generator da den da ja ähm haha ich komme nicht vorbei weil es leckt oh so jetzt Alter was passiert da hin ich weiß nicht falle zu falle auf falle zu falle auf falle zu falle auf ich wollte schon sagen warum habe ich fünf Perks also fünf hier waren das Perks? ja das waren Perks ja warum habe ich nein wegen mir dank mir ich habe es ganz vergessen dass du hier der Anführer bist ne da gibt's da Trump wird zum Stürzen äh noch nicht oh Gott das ist echt also die Aufnahmen die einmal die die ich nicht mehr veröffentlicht konnte weil die irgendwie bei mir verloren gegangen ist da hat das habe ich so rumgelegt das war lustig und ich leck das ganze Spiel so rum da hinten ist der Kinder komm mal rüber Vorsicht Vorsicht der ist auf dem Berg ach so ich weiß nicht ob man es gesehen hat aber das war lustig das hat genauer nur bei mir rumgeleckt nur dann habt ihr das war lustig als ihr aus eurer Perspektive geguckt habt war Mario zum Beispiel die ganze Zeit im Boden drin und hat er versucht die ganze Zeit der Generator repariert das war lustig das war übrigens die Aufnahme mit Nico leider dieser fliegende Wechsel zuerst war Michi dann da und dann war dieser weg dann kam Nico ja die Aufnahmen waren schon lustig ja schade dass ich alle nicht verwenden kann aber das würde ich keinem antun denn habe ich ich habe einfach so lange habe ich hier umgetest ich habe gestern Abend irgendwie 2-3 Stunden in der Umgebung getestet wann ich endlich gute Einstellungen habe wir bleiben hier auch warum das war komisch ja bei mir auch wo ich bin ich bin hier so ein Teleporter ich bin der Teleporter ähm ey ich mach den Generator jetzt in der Luft ich stehe neben dem Generator und schraube in der Luft rum Alter hier what the fuck ich glaube er hat einen erwischt aber jetzt wird mich ja oh ja scheiße er hat einen au 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 er hat ja einer da hinten ist der Killer verfolgt er dich verfolgt er dich ich weiß nie wo er ist oh 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 wow woah fuck 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 das ist echt konf... das ist echt verwirrend hier zu entkommen wenn der Killer hinter dir ist und es rumleckt What? äh Marco sitzt direkt hier ne wo wir sind Ja, ich weiß, der hat mich gerade auch ganz gut verfolgt. Ich versuche, die eine wieder zu holen. Wow, shit, ich laufe vorhin zu. Häh? Bei mir steht der immer noch bei der Frau rum. Der steht bei mir auch immer noch da rum. Der steht da rum. Der kämpft da am Frau. Warte, bis die stirbt oder so. What the fuck? Reagiert der denn, wenn wir da sind? Der hat mich einmal gezogen. Mario, kannst du mich heilen? Komm doch mal zurück. Ja, ja. Wo bist du? Hinter... äh, hier, da, da. Halt mich mal. Wirst du aufpassen, der Typ läuft hier gerade rum. Danke. Jetzt habe ich mein Medikid verloren, leider, aber egal. Also sie hat es geschafft. Also wenn es schnell geht, dann schaffen wir es, weil der kommt. Wow, wow, wow. Chris? Ja, ja. Leck er mal raus. Ich auch. Was? Nein, ich laufe gegen die Wand. Ich bin aber neben ihm gelaufen. Ich auch. Alter, ich leck da so rum. Ich laufe gegen die Wand, bin dann neben dem Lauf an ihm vorbei. Was? What the fuck? Alter, war das komisch. Okay, jetzt ist... Hä, mein, hinter uns einfach komplett grau. Okay, sie hat eben... Sie sind jetzt los. Sie sind komm. Ja, trotzdem... Ey, ich bin der Erste. 13.000 Punkte. Trotzdem sind sie gerade mega komisch. Ey, ich bin der Erste. Ich habe 13.000 Punkte. Du hast 12.000. Hä, nein, bei mir hast du 12.667. Ich habe 13.573. Und du hast... Ich habe 13.811. Du hast 12.583. Ey, dann sieht man doch. Alter, 13.000. Guck doch mal auf meine Aufnahme. Da steht... Ich habe 13.570. Wie viele Punkte hat der Killer? 4.094. Ja. Mir, was auch immer. 10.794. Auch? Was? Matthai, weiß ich nicht was. 10.951. Omnitron. 13.573. Und er ist an Erster Stelle? Bei mir hast du 12.667. Ich habe 13.811. Und ich bin an Erster Stelle bei mir. In meinen Aufnahmen. Ich gucke die ganze Zeit hier vom Stuhl runter. Das ist mega scheiße. Na gut. Ich nicht. Dann sehen wir uns... Ja, aber ich habe noch die Facecam. Das ist ja irgendwie noch schlimmer dabei. Dann sehen wir uns... In der nächsten Folge. Nachdem wir wieder 5 Millionen Jahre gewartet haben. Macht's gut.